Akissi auf die Katzen fertig los Ein Buch von Aboet und Sapin Eines Tages spielte Akissi im Garten. La li la la li la li la la Ihre Mutter kam aus dem Haus. Schatz, kannst du diese Fisch zu Tante Victor bringen? Ihre Mama beschrieb ihr den genauen Weg. Das ist gleich um die Ecke. Da ist ein blaues Haus. Danach siehst du einen Fischverkäufer. Am Ende siehst du Tante Victor's Haus. Na gut. Akissi war am Suchen und am Suchen. Sie hatte sogar den blauen Haus gefunden. Aber Tante Victor's Haus fand sie nicht. Dort, wo ihr Mutter das Haus beschrieben hat, hat sie ihn nicht gefunden. Aber hier ist Tante Victor's Haus nicht. Auf einmal greift ein Kratzer nach dem Fisch. Und rennt schnell weg. Halt, stopp, du Dieb. Gib mir meinen Fisch zurück. Akissi rannte die Katze hinterher. Sie kämpften um den Fisch und landeten anschließend in einer Mülltonne. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Das erfährt ihr im Buch. Aber will das Geld geben? Der Letz biz new die Katze, wie es noch einfache geht. Jetzt ist es gut. Unsere Missionsmagemen,